Jaaa! Die Fähre legt nun ab. Bitte richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das richtige Informationsvideo im vorderen Teil des Kultes. Die Geschichte unseres Planeten ist in Stein gemasselt. Dies erzählt die Geschichte einer längst vergangenen Ära, als die Dinosaurier die Welt beherrschten. Viele haben davon geträumt, diese Welt zu besuchen und sich selbst ein Bild von der Erhabenheit und Kraft der größten und beeindruckendsten Kreaturen zu verschaffen, die jemals gelebt haben. Dieser Traum ist jetzt Wirklichkeit geworden, hier bei Jurassic World. Der Park ist ein technologisches Wunderwerk und ein echtes Phänomen der heutigen Zeit. Die Masrani Global Corporation hat keine Kosten gescholp und ein erstklassiges Reiseziel wie kein anderes erschaffen, in dem Menschen und Dinosaurier in völliger Sicherheit zusammen existieren können. Wir heißen Sie als unsere Gäste willkommen. Erlegen Sie eine neue Realität, die in einem Zeitraum von über 65 Millionen Jahren entstanden ist. Hallo zusammen, ich bin Alison und ich habe die große Ehre und Aufgabe, alle Dinosaurier unseres Parks zu beaufsichtigen. Von Babys bis hin zu ausgewachsenen Dinosauriern. Ich kenne jeden einzelnen von ihnen und es ist mir eine Freude, sie heute bei ihrer VIP-Tour über die Insel zu begleiten. Sie werden nicht nur einige unserer beeindruckendsten Dinosaurier im Land der Giganten zu Gesicht bekommen, sondern als unsere VIP-Gäste haben sie auch exklusiven Zugang zu Bereichen abseits der ausgetretenen Pfade und hinter den Kulissen des Parks, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Darüber hinaus starten Sie unseren weltberühmten Entwicklungslaborn, unseren bahnbrechenden Raptor-Trainings-Einrichtungen einen Besuch an, wo unsere Wissenschaftler und Verhaltensforscher das Verhalten von Dinosauriern entschlüsseln und eine völlig neue Art der Kommunikation mit dieser unglaublichen Spezies entwickeln. Uns steht ein aufregender Tag bevor, den Sie bestimmt so schnell nicht wieder vergessen werden. Willkommen bei Jurassic World. Musik 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 Was ist das? Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt vom NDR live untertitelt.